Alter, willst du noch so ein längeres Scope draufbauen, Alter? Was ist das? Scheiß Haubitze vom Panzer, oder was? Alter, das ist krank, Digger. 200 Schuss-Rounds. Alter, was ist das? Das ist doch das, was normal an so einem Stützpunkt fest ist und auf Flugzeuge schießt. Alter, hast du den pinken Bus geholt? Nee, Alter, hast du den pinken Bus geholt? Nein, Alter. Alter, ist ja mega geil. Das ist so eins, wo ich halt wechseln kann, zwischen nah und mittel. Ich glaube, hier ist links besser. Wobei, bei dem Gewehr brauchst du keine Ahnung, so ein 12-fach Zoom oder so. Dann schieche ich einmal, vor dem Rückschlag weißt du nicht mehr, wo du bist. Alter, das ist richtig nice, im Moment, was wir uns auf uns auf uns gerettet haben. Vor allem voll unauffällig und leise. Ja, aber... Vor allem unser unauffälliges Bettmobil. Wenn du gleich bewegst, dich so nach rechts raus, dann machst du vorne die Frontscheibe kaputt, weil dein Lauf rausguckt. Lass uns gleich mal links in den Wald hochgehen. Hier links? Ja. Ich parke mal hier das Auto. Oh, shit. Dahinter. So. Alter, was ist denn hier? Egal, parken wir hier. Get out. Aussteigen. Lock. Ist gelockt. Bin bei dem Trader. Was gibt's hier Schönes? AWM. Ne, WM. Munition. APDS-Munition. Alter, APDS-Munition. Alter, hier können wir uns das scheiß Raketenwerfer rauslassen und auf die schießen. Wir haben kein Geld dabei. Oh ja, Raketen haben sie am Start, Alter. Die MPCs? Das Dinger. Oder der Trader? Ah, die Trader. Ja, ich geh jetzt mal rüber zu denen. Ich bin am Auto. Ist sie jetzt unlockt? Ne. Da ist ein Auto. Das ist die ganze gewünschte Zeit, das Auto zu parken. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du auf mich schießen musst. Würde. Ja. Ich würde noch kurz warten. Jetzt würde ich schießen. Aha. Und jetzt guck ich... Alter. Was ist da für kranke Scheiße? Nur Scheiße drin. Alter. Toll Optik. Hätte ich so schön wegholen von hier aus. Cyrus. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, Alter. Nur Müll drin. Echt? Ja, Cyrus ist halt drin. Okay, ich guck jetzt mal. Ah, jetzt sind jetzt die scheiß Bots, die spawnen. Ah ja, zumindest. Was haben die dabei? MK18 Mod. Wo sind die Raketenwerfer? Ich lade alles ins Auto und versuche, das Auto da unten zu verkaufen. Was ist denn da Schüsse oder ist das irgendwie Soundbugs? Was sind Steine, glaube ich? 600 Meter. Och, du Scheiße. Da ist ein Fahrzeug mit MG-Aufbau, mit Minigun. Ja. Das sind zwei Fahrzeuge mit Minigun. Ich sehe es jetzt zwei, drei, vier NPCs sehe ich gerade innen drin. Ach du Scheiße. Und dahinter ist ein Truck. Puh, das wäre krass. Da müssten wir jetzt Gas geben, wenn wir das wollen. Ja, vor die anderen kommen. Ja, und vor 3SRB-Restart müssen wir Fahrzeug vollpacken und zum Trader. Soll ich den ganz rechten Ding ins Ausschalten? Den rechts, ich könnte den hier mal probieren. Den hier. Ich markiere mal meinen. Den willst du? Den hinten, was ich markiert habe. Den seh ich gar nicht. Ja, ich seh deinen auch nicht. Ich mache Markierung wieder weg. Können's probieren. Wie macht man die Markierung? Musst du in den Himmel einmal die Markierung machen. Bei mir ist es halt 600 Meter. Ich habe volles Kack-Scope. Soll wir probieren? Ja, kann man. 3, 2, 1. Alter. Einer ist weg. Fahrzeuge sind ausgestiegen. Scheiße, mit Ding geht es nicht. Alter, da sind 50 ausgestiegen aus dem... Oh Gott. Alter, das ist ja kein einzigen. Oh Gott. Alter, die Waffe ist voll beschissen, Alter. Ich kann nichts... Nichts ein bisschen gescheit schießen. Dürfe ich auch nicht. Da kommt immer... Oh, ich bin down, Alter. Instant. Alter. Fuck. Du gehst nicht irgendwas. Hey, hätten wir ein Scharfschützengewehr. Easy peasy, Alter. Aber... Mit dem Ding... Ja, Mann. Da kannst du gar nicht schießen, Alter. Und ich hab nicht mal gesehen, wo die Kugel einschlagen. Du könntest noch zu mir rüberlaufen und mich mit dem Defibrillator wiederbeleben. Ah ja. Ja, okay. Aber ist nicht safe auf jeden Fall. Ich glaub, die Mischen lassen wir lieber, oder? Oh, ich seh was. Wow. Holy shit. Da legt der Drehviel auf den Boden und seine Waffe. Echt? Holy shit, Alter. Du kraschst alles von vorne. Leider hoch zum Krippel. Ich so, da hinten. Da sind alle in den Arm zusammen dran. Deine Waffe liegt auf dem Boden. Und er kriegt so zu mir. Und ich hab's gut. Oh, Mann. Gib mir die Waffe, Mann. Jetzt. Er kommt zu uns. Er fährt wieder vorbei. Volles Déjà-vu. Ja. What the fuck, Alter. Ja, ich bin da und er ist hinten raus. Steigt wieder ein jetzt, glaub ich. Der hat uns beide getötet. Steigt aus und tötet uns beide. Alter, bitte. Was war das jetzt? Der kommt komplett random dahergefahren. und fährt komplett über mich drüber. Alter, was ist das? Okay, ich glaub A war genug für A war. The fuck, Alter. Sollen wir auf Dasee tryn? Sollen wir auf Dasee tryn? Ich weiß nicht. Ich glaub schon. So auf die Schnelle ist, glaub ich, krass. Wir müssen uns, glaub ich, auch wieder das finden und alles. Jetzt lass mal hier disconnecten. Alter, das war krass. Der ist komplett da hinten rumgefahren und dann aus dem Nichts ist er aus dem Gebüsch rausgekommen und hat mich überfahren.